Ich kann diesen Ort nicht lange ertragen. Ich bin nur ein Agent. Ich habe meine Bewegungen nicht wirklich unter Kontrolle. Einige Vorfahren dieses Körpers wurden auf dieser Welt geboren. Manche Zellen dieses Körpers entsprangen dieser Welt, wie seltsam zurückzukehren. Meine Aufgabe hier besteht im Handel, nicht im Herumstehen, so wie du. Diese inneren Welten sind sehr seltsam. Die Anziehungskraft der äußeren Welten ist hier so schwach. Die Sonne ist so schwer. Wo ich herkomme, gibt es keine Vögel. Die Dinge, die fliegen, sind wie Schatten. Es ist einsam hier. Die schwarze Tiefe ist vieles, aber niemals einsam. Ich spüre viele Geister, die meinen bedrängen. Und alle sind sie klein und einsam. Wir haben uns aus dem Staub erhoben und auf der Suche nach Wärme ins Fleisch eingegraben. Und wurden zu etwas Neuem. Körper kommen und gehen, aber die Zellen erinnern sich. Und wenn sie vergessen, erinnern die Neuen sich für uns. Die Neuen herrschen jenseits der Jovianer. Ich bin nur ein Agent. Ich weiß nicht, was die Neuen mit dir vorhaben. Meine Bewegungen hängen ganz entscheidend von der Ausrichtung der Planeten ab. Aber wir wurden enorm verändert, um auf den äußeren Welten leben zu können. Ich bin voller Geheimnisse, aber du würdest sie nicht verstehen. Ich bin voller Geheimnisse, aber du benutzt dich.